so willkommen zurück ich muss kurz und knapp sagen dankeschön für die klicks kommentare likes und natürlich die abonnenten wie gesagt jedes mal wenn ich euch helfen konnte lasst einfach ein abo da geben und nehmen wir haben aber jetzt ich habe nämlich gesehen es ist arsenal da und den modus habe ich jetzt gerade zwei dreimal gespielt aber ich hänge irgendwie immer so bei 12 13 hänge ich schreibt einfach mal in die kommentare wie weit kommt ihr weil es gibt ja immer waffen die spielt man ungerne wie zum beispiel bei mir ist auch dieses scheiß sturmgewehr mit diesem da schon mit diesem wärmefilter da wurde dann sie ist wo die gegner sind ich hasse diese waffe hier ist der ladebildschirmzeit gleich like zeit kommentiert zeit wer noch kein abo da gelassen hat jetzt aber raushauen so und schauen wir mal wie weit wir jetzt kommen also bis jetzt habe ich zwei runden gemacht bis 13 kam ich mal lief es besser mal schlechter in der letzten runde kann ich nur bis 9 da ging irgendwie gar nichts mit der doppelläufigen schrotschlende also das hat überhaupt nicht funktioniert so es wird doch es gibt andere zonen sollte ich gerade sagen geil wir halt echt wenn es andere zonen gäbe aber bis jetzt überall wo ich geguckt ab arsenal die waren nämlich arsenal die waren nämlich bei lucky landing aber hier ist natürlich auch nicht schlecht so schauen wir mal das wird schon mal gut geklappt das hat nicht geklappt ich bin erst doch jetzt wahrscheinlich nicht mehr die frage ist halt immer wo landet man am besten weil schrot klar muss ich in die masse rein irgendwie da sehe ich schon das war natürlich der kackte landung allein der bogen der bogen der bogen der bogen losgelassen wo ich da war wer action vermisst hat und fortleid hier ist hier machst du einen kill und platz bist du weg anscheinend ist hier treffen nummer eins dieser berg hier naja der desert eagle entweder gehst du halt mehr auf distanz aber mit der habe ich eigentlich immer schnell meine kills gemacht bisher gegner 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 oh gott ich bin hier im niemandsland gelandet das ist ganz schlecht ganz schlecht also ganz wenigstens noch ein bisschen metzgerd holen warum legt das immer noch weil ich habe die kodierung jetzt echt mal geändert aber es legt immer noch natürlich ich weiß dass er da oben ist die position hier war gar nicht so schlecht aber sechs punkte erst ist natürlich ein bisschen low die position hier war gar nicht so schlecht ja 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 du landest da oben jetzt kommt die sniper das ist überhaupt nicht meins auf dem baum kann ich nicht landen nein da springt der hoch ich bin trotzdem erst ist da gar keiner dann nur einer und dann sind sie alle da nice jetzt müssen wir doch wieder ein bisschen näher den unten habe ich gesehen dann ob wir hier was abschrauben können ja oh nein also meine ich hasse diese waffe nein ein hilft es hätte gepasst an der waffe hänge ich immer am meisten dann und dann die scheiß doppelläufig wie danach kommt ach wie so nah ist total für den arsch die sache ich bin schon echt überlegen die waffe wieder nur no scope zu spielen nicht hängen an dieser waffe immer so lange dann krieg ich den kill geklaut man der modus ist einfach das hier ist action das kann doch nicht wahr sein ey das kann doch nicht wahr sein ey aber der modus macht spaß auch wenn ich hier absolut am ablosen will einen schuss mehr und er wäre down man 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 lang in der luft bleiben ist hier ganz schlecht jetzt kommt die hasswaffe ich hatte diese waffe ich komme nicht über diese waffe hinaus da muss ich nachladen das ist hacke ich brauche schon einen gegner der angehittet ist ansonsten kannst du es hier haken ja keine chance 36er headshot zum head ach die ist das aber wieder nur 13 mit 14 kommen wir schon weiter als bisher also der modus ist action pur ey oh nein jetzt dieser fuckbogen ey ja ja ich höre ihn schon ja ja ich höre ihn schon wo ist er hin gut schon bei 15 also so weit kam es bis jetzt noch nie nein nein nicht legen gut 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 ich habe nichts mehr gesehen gut 17 persönlich neue rekord gut gut ja ich würde es eigentlich ungern hier aus der position raus ich meine gegner gesehen wird wo ist einer wo ist einer nein 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 wo bist du denn soll ich mich gegen einen verteidigen den ich nicht sehe bis 20 habe ich vor zu kommen oh nein er braucht nur noch einen kill ich weiß nicht ich weiß ich glaube der letzte kill wird mir recht gezackt sein nehme ich mal an nein ah 20 habe ich erreicht ah der letzte braucht noch mit seinem kill oh gott danach kommt sniper ja na er hat es geschafft also wie gesagt der modus rockt eigentlich richtig also wenn ihr meint ihr werdet richtig gut drauf gerade dann geht einfach in den modus und dann seht ihr wie gut ihr gerade wirklich drauf seid also soweit kam es bis jetzt noch nie 20 punkte wie gesagt schreibt mal gerne in die kommentare wie weit ihr so kommt in dem sinne würde ich sagen like da lassen kommentar schreibt halt in die kommentare und in dem sinne wenn ihr noch kein abonnent seid gerne mal ein abo da lassen ich würde sagen haut rein